Hallo und willkommen bei der Firma Graf von Hamburg. Heute geht es um das Mercedes Automatikgetriebe, in dem Fall ein 7-Gang-Getriebe. Aber das Video kann für einen neuen Gang oder auch einen 5-Gang angewendet werden. Was möchten wir erreichen? Wir wollen natürlich so wenig Geld wie möglich in ein Getriebe investieren. Das heißt reparieren, instand setzen oder austauschen. Das wollen wir alles vermeiden. Um das zu vermeiden, muss man die richtigen Maßnahmen, die richtigen Service und Wartung fürs Automatikgetriebe durchführen. Nur was ist die richtige Wartung, der richtige Service für euer Fahrzeug? Denn die Fahrzeuge unterscheiden sich. Das eine Fahrzeug fährt zum Beispiel nur Stadt. Dann haben wir natürlich mehr Verschleiß auf dem Getriebe, weil es halt mehr schaltet. Das andere fährt eine Autobahn in einem Gang, dann haben wir natürlich weniger Verschleiß. Das eine Fahrzeug hat eine Anhängkupplung, wir haben mehr Verschleiß oder das andere hat eine Leistungssteigerung. Daher sollte man jedes Fahrzeug individuell betrachten und das kann man anhand der Adaptionswerte vom Automatikgetriebe. Daran kann man sehen, wie ist der Zustand von meinem Getriebe und welche Wartung ist die richtige. Welche Wartung gibt es überhaupt? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, einen Getriebeölwechsel zu machen. Das macht man bei einer Laufleistung von 40.000. Warum? Weil bei einem Ölwechsel tauscht man nicht das gesamte Öl, sondern man tauscht nur 30%. Das heißt, 70% schmutziges, altes Öl bleibt im Getriebe, im Wandel, in den Schläuchen, in dem Getriebekühler. Daher macht es Sinn, das relativ früh zu machen. Haben wir eine Laufleistung von ungefähr 80.000, macht man eine Getriebespülung. Nur so kriegt man das gesamte Öl aus dem Getriebe halt raus und dann hat man sauberes Öl. Wenn man einen Ölwechsel oder eine Getriebespülung macht, macht es Sinn, originale Teile zu verwenden, denn der Mehrpreis ist relativ klein. Deswegen sollte man originalen Filter nehmen, weil wir haben hier einen bestimmten Widerstand von dem Filter. Damit kann das Getriebe arbeiten. Haben wir einen Zubehörfilter, weiß man nicht. Schaltet das Getriebe schlecht, weil wir schlechte Teile verwendet haben oder weil wir vielleicht die falsche Maßnahme getroffen haben. Genau jetzt kommen wir zu den Maßnahmen. Wenn das Fahrzeug aber mehr gelaufen hat, 100.000, 120 oder 150 oder einfach mehr belastet wurde, dann kann es sein, dass es für eine Getriebespülung zu spät ist. Deswegen muss man verstehen, eine Getriebespülung ist kein Allheilmittel. Ein Getriebe, muss man verstehen, ist ein hydraulisches System. Das heißt, der Öldruck sorgt dafür, dass das Getriebe nach vorne fährt. Wir haben Lamellenkupplungen, so sehen die halt aus. Und der Öldruck presst hier zusammen und dadurch fährt das Getriebe nach vorne. Haben wir aber einen Druckverlust, dann haben wir ein Problem. Und das ist die nächste Stufe von Service, von Wartung, von Maßnahmen, die passieren, wenn man den Ölwechsel oder die Spülung nicht rechtzeitig macht. Was passiert dann? Das Öl verliert seine Eigenschaften. Dadurch haben wir natürlich mehr Reibung und höhere Temperaturen im Getriebe. Durch diese höheren Temperaturen gibt es Komponenten, vor allem Gummikomponenten, die sind notwendig, um diesen Druck zu halten, die einfach verschleißen. Hier sieht man zum Beispiel diese Gummikomponenten. So sieht zum Beispiel eine Gummikomponente aus, die den Druck hält oder so. So sehen die halt aus. Dann haben wir das Problem, dass wir einfach einen Druckverlust haben, weil die Gummikomponenten einfach hart werden, porös und der Druck oder das Öl nicht mehr sozusagen durch diese Dichtung läuft, so wie hier, sondern an der Dichtung vorbei. Daher braucht das Getriebe länger, um den notwendigen Druck aufzubauen und in der Zwischenzeit schleifen die Lamellen und irgendwann sind die kaputt. Das ist auch ein Getriebeschaden, das muss man verstehen. Der Getriebeschaden heißt, die Beschichtung dieser Lamellen ist weg. Nur um die zu tauschen, muss das Getriebe ausgebaut werden, komplett zerlegt werden. Dabei gibt es ein paar Folgeschäden und das macht das alles relativ teuer. Diese Dichtungen, über die ich gesprochen habe, die sitzen zwischen der Mechatronik, das heißt der Steuereinheit des Getriebes, das ist diese Mechatronik, die wir hier sehen, und dem Getriebe selber. Das heißt, hier zwischen haben wir diese Gummidichtung. Das heißt, eine mögliche Wartung oder ein möglicher Service, den man machen kann, wenn eine Getriebeschadung nicht ausreicht, ist, diese Mechatronik ausbauen, die Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe austauschen, damit wir die Druckverhältnisse da wiederherstellen. Es kann aber auch sein, dass es andere Probleme gibt, die das Schaltverhalten verschlechtern oder dafür sorgen, dass das Auto ruckt oder zum Beispiel Druckverhältnisse ebenfalls im Wege stehen. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel Ventile. Wir haben bei der Mechatronik solche Ventile. Und die Ventile, die haben Filter. Hier kann man die sehen. Diese Filter, die können verstopfen. Ihr fragt euch, wodurch können die verstopfen? Und kann man diesen Dreck nicht irgendwie rausspülen? Nein. Und zwar, diese Lamellen, die wir gesehen haben, die haben eine nichtmagnetische Beschichtung. Und diese Beschichtung, die wird nicht sozusagen irgendwie eingefangen, sondern die ist in der Mechatronik selber. Hier sieht man zum Beispiel, wenn wir diese Mechatronik gleich zerlegen, ich zeige das nochmal ganz genauer, dann sieht man hier zum Beispiel, das ist Lamellenabrieb. Und dieser Lamellenabrieb, der sorgt dafür, dass zum Beispiel diese Filter von den Ventilen, dass sie verstopfen, dass die zum Beispiel nicht mehr richtig arbeiten können. Und wenn wir das Getriebe 24 Stunden spülen, kriegen wir diesen Dreck nicht aus der Mechatronik raus. Die einzige Möglichkeit ist zum Beispiel, Ventile ausbauen, sauber machen, dass die halt ohne diesen Dreck sind. Und wenn zum Beispiel wir eine höhere Laufleistung haben oder ein Fahrzeug, was einfach ein bisschen älter ist, dann sollte man zum Beispiel als weitere Maßnahme, kann man die Mechatronik zerlegen. Und zwar, wenn man die zerlegt, dann sieht die halt so aus. Wir haben hier, wie ein Labyrinth, ganz viele Straßen, da läuft sozusagen das Öl. Und wir haben das Problem, zum Beispiel, wenn dieser Lamellenabrieb in der Mechatronik sich befindet, und der befindet sich da in jedem Fall, dann haben wir das Problem, dass zum Beispiel Komponenten klemmen. So wie hier. Hier haben wir zum Beispiel eine Welle oder einen Kolben zum Beispiel. Und der bewegt sich im Gehäuse. So sieht zum Beispiel der Kolben hier aus. Oder hier oder hier. Und dieser Lamellenabrieb, der setzt sich zwischen dem Gehäuse und diesem Kolben an und ist ein Hindernis. Und dadurch kommt es zum Beispiel zu Schaltstüßen oder ein unsauberes Schaltverhalten. Das heißt, in dem Fall muss man diese Mechatronik zerlegen, reinigen. Das Problem an der ganzen Thematik ist, wir haben in der Mechatronik ganz, ganz viele Komponenten, ganz viele Federn, ganz viele Kügelchen. Wird eine Kugel zum Beispiel an eine falsche Stelle gepackt, nicht wo die sein soll. Dann schaltet das Getriebe nicht mehr. Deswegen ist das halt eine sehr, sehr gefährliche Arbeit. Da muss man sehr aufpassen, weil sonst wird das Auto nicht mehr fahren. Diese Kugeln kann man auch nicht extra kaufen. Es gibt auch keinen Plan, wo die verlegt sind, weil dafür gibt es viele verschiedene Varianten von dieser ganzen Thematik. Deswegen haben wir viele, die selber versucht haben, da irgendwas zu machen und das Getriebe fordern auch nicht mehr. Also Werkstätten an sich. Deswegen muss man da aufpassen. Problematisch wird das auch bei diesen Siebengang getrieben mit der Steuereinheit. Das ist die elektronische Steuereinheit, das Gehirn sozusagen vom Getriebe. Und diese Steuereinheit geht kaputt. Und zwar, was geht hier kaputt? Die geht kaputt, weil die Leute halt Öl nicht wechseln und Getriebe nicht schwimmen oder nicht rechtzeitig machen. Sondern irgendwann anfangen, das spät zu machen. Dann haben wir hier Sensoren, Drehzahlsensoren zum Beispiel. Und die Sensoren, die verschleißen natürlich, weil die haben natürlich eine zu hohe Temperatur, der sie ausgesetzt sind. Und dadurch gehen die halt kaputt. Wir haben hier zum Beispiel Lötstellen und diese Lötstellen, die gehen halt kaputt. Die werden einfach irgendwann kalte Lötstellen. Es gibt Firmen, die versuchen das zu reparieren. Es gibt zum Beispiel auch Sensoren, die kann man instand setzen oder austauschen. Nur man darf nicht vergessen, diese ganzen Teile kommen alle aus Fernost. So, und wenn zum Beispiel das repariert wird, man schickt das hin, man bekommt das zurück. Man hat zum Beispiel eine Garantie. Aber wenn das innerhalb eines halben Jahres oder egal, auch innerhalb eines eines Jahres kaputt geht, ihr seid die dumm, ihr müsst das ausbauen, wieder hinschicken, wieder zur Reparatur. Deswegen, wenn ihr so ein Problem habt, macht es Sinn, lieber gleich bei Mercedes eine neue Mechatronik zu kaufen. Das heißt, die Steuereinheit inklusive der Mechatronik. Weil es macht keinen Sinn, da 100 oder 200 Euro zu sparen und nur das elektrische Teil zu tauschen, weil in dem mechanischen Teil haben wir auch Verschleiß. Deswegen sollte man gleich in dem Zuge komplett alles tauschen. Wenn ihr an sowas Interesse habt, wir können euch das Ding komplett schon plug and play verkaufen. Das heißt, wir können euch das schon vorcodiert zuschicken. Ihr baut das ein und das Fahrzeug würde zum Beispiel fahren. Diese Option haben wir, wenn ihr an sowas zum Beispiel Interesse habt. Auch was oft kaputt geht, ist dieser Sensor. Der Sensor, der sagt uns, in welcher Position ist zum Beispiel der Gang. Warum geht der kaputt? Weil wir haben hier sozusagen, so sitzt das Ganze und hier ist zum Beispiel der Stellenmotor oder der Sensor. Hier wird zum Beispiel das Getriebe geschaltet. Das heißt, das Getriebe weiß, wo bin ich, bei P, bei D, bei N. So, wenn wir natürlich diesen ganzen Lamellenabrieb haben und der setzt sich zwischen dem Gehäuse und der Welle, hier zum Beispiel, ist natürlich klar, dass dieses Teil irgendwann Widerstand, zu viel Widerstand bekommt und irgendwann kaputt geht. Deswegen, wie gesagt, ihr seht alles für darauf hin. Man kann lange was für ein Getriebe haben, wenn man die Sachen rechtzeitig macht. Und wenn man die Sachen nicht rechtzeitig gemacht hat, weil man das Fahrzeug vielleicht nicht als erste Hand gekauft hat, sondern gebraucht, dann sollte man das Richtige tun, damit man einfach einen Getriebeschaden vermeidet. Weil was bringt euch das, wenn ihr einen Ölwechsel macht oder eine Spülung bei einer Laufleistung von 150.000, wenn bei euch zum Beispiel die Gummidichtungen kaputt sind oder die Ventile sozusagen verschmutzt oder zum Beispiel die einzelnen Kolben und Gehäuse klemmen, weil wir hier viel Lamellenabrieb haben. Deswegen sollte man vorher, bevor man irgendwas macht, Adaptionen für sich anschauen und dann halt die richtige Maßnahme auswählen. Die richtige Maßnahme ausgewählt sollte man natürlich am besten Originalteile verwenden, originalen Filter, originales Öl, weil dadurch stellt ihr sicher, dass das Fahrzeug mit vernünftigen Teilen befüllt wurde und das Getriebe mit den Bedingungen arbeitet, für das es entwickelt wurde oder programmiert. Und ganz wichtig ist, wenn man das alles macht, dass man das Getriebe mit originalen Mercedes-Tester befüllt. Denn, beziehungsweise, ja, befüllt. Man muss ja wissen, wie viel Öl passt ins Getriebe und dafür gibt es eine spezielle Routine bei den Mercedes-Testern, damit man sicher ist, man hat genug Öl, man hat einen originalen Filter, man hat originales Öl, dass man sozusagen alle Komponenten ausschließt, woran es halt liegen kann. Wenn das Getriebe dann immer noch ein bisschen ruckt, zum Beispiel, dann weiß man, okay, ich habe Verschleiß in der Komponente, dann kann ich nichts machen und es macht dann in dem Fall sozusagen keinen Sinn, sehr viel Geld zu investieren, wegen ein paar Komforteinbußen. Aber zumindest hat man die Druckverhältnisse wiederhergestellt, alles ist sauber und man kann halt fahren. Wenn ihr an sowas Interesse habt, schickt uns am besten eine Mail mit ein paar Daten. Wenn ihr da Fragen habt konkret, dann ruft uns am besten an, dann können wir euch am Telefon das alles erklären. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.